Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 31. Juli 2020 und damit auch den Monatsschluss der Julikerzer. Die Julikerzer hat sich zum Donnerstag nochmal auf ihr Eröffnungshilfe runtergeschossen. Das ist schon auch interessant gewesen. Und wir haben den Teller runtergeknallt bekommen. Sie erinnern sich, der kleine Junge, der hier das Ding da hochgedreht hat und versucht hat, oben zu halten. Uns ging es dabei ganz konkret um die Flagge hier, um den Keilbruch. Wir hatten gesagt, wenn er hier drunter durchgeht, unter der 12800, weil er ja eben auch noch in der Flagge ist, dass er dann eben nach unten raus könnte. Er hätte auch nach oben gekonnt, wenn er einfach über die 900 gegangen wäre. Wir hatten darüber gesprochen, dass das sogar gar nicht so schlechte Chancen hätte, aber ich ihn eben auch erst drüber sehen wollen würde, weil wir ja noch immer im Keilbruch waren und so weiter und so fort. Wer sich an das Video erinnert vom letzte Woche Donnerstag für den Freitag, als wir hier standen, haben wir schon mal darüber gesprochen. Irgendwie so ein Keilbruch abläuft, wie die Bewegungen nach so einem Keilbruch sein können. Das war definitiv Keilbruch Bewegung. Also genau das ist es, was es immer wieder so interessant macht, diese Keile. Wir haben damals schon darüber gesprochen, also letzte Woche Donnerstag schon darüber gesprochen, dass es oft hinterher total einfach aussieht, weil die richtig schön Strecken machen halt und meist auch richtig schöne, interessante Ziele haben. Aber man in der Bewegung eigentlich so kaum richtig reinkommt, weil es a. vom Timing immer kacke ist und b. man meist in dem Niveau dann denkt, ah, jetzt dreht er doch wieder hoch, ah, jetzt macht er doch wieder das. Irgendwelche positiven Nachrichten dazwischen kommen und sie dann trotzdem nach unten rausgehen. Deswegen, Sie wissen es, ähm, ich handle nie nach Analysen, wir handeln nicht nach Analysen, äh, wir handeln nicht nach Analysen, wir handeln nicht nach Nachrichten, ziehen die hier auch nicht mit rein, ähm, suchen unsere Bewegungsmuster rein aus dem Charter raus und, ähm, das auch immer wieder und, ähm, sowas gibt uns dann auch irgendwo ein bisschen Recht halt, ne. Ähm, ähm, klar hat hier eine Nachricht letztendlich reingespielt, aber wäre es die nicht gewesen, wäre es eine andere geworden halt, ne. Also, von daher finde ich das schon, wir haben auch, wenn man mal so die Marken anguckt, was wir auch im Premium-Dienst da an Zwischenstationen drin hatten und die Rücklauflevel, das hat er alles so schön und sauber gemacht, also, ich fand den wirklich angenehm, wie er hier runtergekommen ist. Ist natürlich, äh, so ein Tag, ist natürlich für diejenigen, die das nicht kommen sehen, ne, oder die dann einfach den Kopf nicht gedreht kriegen, ne, die einfach denken, der will doch steigen, die da von der ersten Minute an irgendwie versuchen, Long-Rind zu pummelen, die kriegen in der Regel nicht den Kopf auf Short gedreht. Da hilft wirklich nur irgendwo den Checker ziehen, Reißleine ziehen, ausmachen, ähm, und das besser früh als spät, um dann da wieder rauszukommen. Und das ist, das fällt auch mir schwer, also, ich hab da so eine Regel, ich, 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 ich hör dann halt nach, ähm, zwei, drei Trades, wenn die schief gehen, hör ich halt einfach auf, ne, und, und, und trenne mich dann davon, weil die Tage, wo man sich ein ganzes Konto zerschlägt, oder ein halbes, oder zehn Prozent, oder jedenfalls was, was richtig wehtut, das sind immer die Tage, an denen man die ersten zwei Trades auf die Nase bekommen hat, und die nächsten auch. Und, indem man einfach rechtzeitig aufhört, erspart man sich dieses auf die Nase bekommen, halt auch schon deutlicher, also, gerade im Intraday-Handel, im Swing ist es nicht, nicht ganz vergleichbar, ähm, also, für die größeren Stecken ist es nicht ganz vergleichbar, aber im Intraday-Bereich ist sowas halt echt der Tod, ne, wenn du da die ganze Zeit dagegen flackst, und vielleicht auch ohne Stop loss, das ist einfach der Tod, das ist einfach so. So, und das ist jetzt so ein Punkt, wo wir natürlich jetzt auch sagen müssen, ähm, er hat jetzt hier natürlich mächtig Spannung aufgebaut, also auch viele aus dem Konzept gebracht, ne, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das zum Freitag jetzt noch zu Irritationen führen kann, ne, also, gerade wenn wir auch den Nasdaq gesehen haben, da muss man sich gar nicht die Zahlen angucken, die da jetzt heute kommen, ähm, der ist ja so unheimlich stabil gewesen, so, sowas von, so richtig arrogant eigentlich, ne, wie der die ganze Zeit, der hat einen Tageshoch gemacht, als der DAX hier unten stand. Also, mehr raushängen lassen, dass die Zahlen doch geil werden, kann man eigentlich gar nicht halt, ne, also, so richtig arroganter Saftsack der Nasdaq, also, der ist wirklich sehr auffällig gewesen, und wir gucken jetzt aber hier auf den DAX, und was ich aber sagen wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass der Markt irritiert ist von diesem Kontrast, ne, von der einen Seite dauert er auch nicht gerade unbedingt die beste Leistung gezeigt hat, DAX auch mega schwach, ähm, und dann vielleicht eine Stärke bei den Amerikanern, ne, die Zahlen sind hier jetzt auch durchgekommen mit Amazon, Apple und, ähm, was waren schon, Google war, glaube ich, auch schon durch, die sind gut, ne, das, 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 wen überrascht das jetzt noch, nachdem der Landtag so eine Leistung gemacht hat, aber man muss trotzdem aufpassen, ähm, es ist durchaus denkbar, dass, das vielleicht nicht so kommt, wie sie das dann jetzt im ersten Moment einordnen. Also, wir haben vorhin schon im Chat geschrieben, im, bei uns auf der Seite, können Sie ja, wenn Sie sich da kostenlos registrieren, dann können Sie ja auch als Nicht-Premium-Mitglied einfach immer unsere Einschätzungen ein bisschen mitlesen, oder unseren Senf, die Antworten, die wir anderen Mitgliedern befragen. Da war die Frage, Martin, hier, und was jetzt, wie weit noch? Da habe ich gesagt, hier unten fehlt noch ein bisschen oben was. Mir fehlte die 490, das war auch eine, eine Marke, die wir hier hatten, die ist gekommen. Ich habe dann aber auch geschrieben, dass ich mir so, wie er aussieht, auf H2 schon vorstellen könnte, dass sie hier oben mal reinwuchtet, ne, diese Zone, die ist unheimlich interessant, 640 bis, bis sieben Monate, so, und jetzt überlegen Sie, Sie haben ja Positionen gekauft, und Sie haben gesehen, der Keilbruch hat angefangen, und der ist vielleicht noch nicht zu Ende, weil der Ziel hier unten eher mehr hat, so um die 1249, um die, eigentlich sogar hier an den Tiefs, ne, 1159, das sind so die Ziele unten, die der Keilbruch noch wahrnehmen kann. Da überlegen Sie sich schon, ob Sie hier nicht vielleicht ein paar Leichen, ein paar, äh, sag ich mal, unliebsame Positionen klatschstellen, ne, weil, weil sie das total überrumpelt hat hier, und Sie gar nicht mit dabei waren, oder noch lange drin saßen, und reduzieren die Position, das kann passieren. Deswegen würde ich schon denken, dass wir zum Freitag, was in die Richtung hier sehen können, einmal hier oben rein, und dann wieder runter auf die Kiste. So, und dann würde ich hier, aber wir räumen mal ein bisschen auf, hier hat gestern schon jemand geschimpft, dass wir hier so viele Pfeile haben, ähm, können natürlich auch noch mehr reinzeichnen. So, und, ähm, was wollte ich jetzt sagen, genau, und dann sollte man unterhalb dann auch ein bisschen aufpassen, dass der DAX uns hier nicht noch abhaut, weil, man muss schon sagen, also, auch wenn er zum Beispiel diesen Sprung nach oben gar nicht schafft, stellen Sie sich vor, der kommt bei 460 raus, super geile Nachrichten rauskommt, der kommt bei 460 raus. Also, ich meine, peinlicher kann es nicht werden für den Kerl halt, ne, das wäre schon so ein bisschen, ey, weiß nicht, das ist so, äh, weiß nicht, das ist wie, als wirst du mit 17 von der Mutti zur Schule gebracht, weiß ich nicht, das ist so, ich glaube, das kommt nicht cool, äh, ich glaube nicht, dass er sich da Lob und, äh, Anerkennung verdient, deswegen würde ich sagen, ähm, nehmen wir hier unten mal einfach noch einen Short Trigger mit rein, man muss, man muss schon sagen, wenn er jetzt hier unten auf neue Tiefs kommt, gemütlich wird das nicht halt, ne, also, der wird hier einen Doppelboden versuchen, wenn er, wenn er hier unten reinkommt, wird hier einen Doppelboden versuchen, und dann kriegt er schon auf die Nase halt, ne, wir schieben mal den hier ein bisschen rein, der hat ja gut geklappt, also, wenn man sich hier noch, also, wenn man sich hier Short eintriggern lassen hat, hat das gut geklappt, und selbst wenn man sich hier noch Short eintriggern lassen hat, dann wird sich der eine oder andere jetzt die Hände vor's Gesicht knallen, wie einfach es hätte doch sein können, dann sieht es hinterher immer total einfach aus, aber auch selbst der hätte voll geklappt, ne, hier runter, auf den Bereich, so, hier unten, ich glaube, das nächste Tief, das kommt hoch, das, das, das wird, das wird, den Spaß wird er uns nicht geben, ähm, dass er das einfach macht, und dann kriegt er aber schon, dann geht er schon tiefer, dann geht er schon tiefer Richtung 12,50, weil in der Regel die Keile ja recht zügig auflösen, soweit meine Erwartungshaltung unten, man muss aber auch sagen, wenn sich natürlich die Amerikaner so massiv stark halten, es wird ihn irritieren, es wird ihn aufhalten und irritieren, dass ich mir, also, jetzt bin ich schon am überlegen, wie ich meine Pfeile setze, weil eigentlich erwarte ich, dass der zur Seite schlägt, eigentlich hier so, dazwischen, vielleicht nachher den raus, das trifft nicht ganz meine Erwartung, meine Erwartung ist wirklich, dass der zur Seite schlägt, zum Freitag, dass der echt nicht weiß, was er mit dem Mist anfangen soll, den er da jetzt gemacht hat, ich nehme mal deswegen hier noch zwei, zwei Sachen mit rein, und eigentlich erwarte ich sowas hier, den ganzen Vormittag nur rumtrucksen, schönes Gap, ja, vielleicht noch ein bisschen anschieben, dann schon doll auf die Bremse treten, wieder zurückrudern, überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen, und dann hinten raus wegkippen, also das wäre echt meine Erwartungshaltung für den Freitag, und wenn er das macht, wenn er die Route macht, dann kriegt er zum Montag noch einen Down-Gap verpasst, und das geht in die Richtung dann hier unten, so, von daher haben wir das soweit durch, hier oben müssen wir einen Long-Trigger nehmen, wir haben hier einen Gap-Close bei 8,42, 8,72, aber alles, was da jetzt drüber geht, über die 12,900, das ist schon, das ist schon long, das ist schon long zu sehen, das wäre auf jeden Fall jetzt das K.O.-Kriterium für Short-Position, wenn er hier wieder zurückgeht und auch das Gap zu macht, also das, dann ist der Keilbruch halt nicht mehr aktiv, der Keilausbruch, weil das macht er direkt in der Regel, also wenn er es macht, dann macht er es direkt, und dann auch direkt zu, also von oben bis unten zu, und wie gesagt, eigentlich sogar hier 11,59, muss man hier sogar durchzeichnen, das wäre Keilbruch-Ziel, und das hier unten, das wäre nicht ungewöhnlich halt, aber dafür muss es sich echt noch was einfallen lassen, wie er wieder hier runterkommt, weil momentan wird außerbüßig schon bei 5,40 taxiert, also auf dem Niveau her, aber auch wenn sie das im Verhältnis setzen, da ist es schon, der hat halt schon echt einer vor den Bug bekommen, der hat sich richtig ins Knie geschossen, ich bin, ich glaube nicht, dass ihm das so leicht fällt, dass er hier raussteigen kann, wie so ein Honigkuchenpferd, das hat, ich denke, das wird noch nach wen hinten nach sich ziehen, und ich könnte mir vorstellen, dass sich das so auswirkt, dass er hier oben einfach zur Seite haut, na klar kann er auch direkt hochrennen, und das ausgleichen, aber es wäre Charttechnisch jetzt nicht unbedingt zu favorisieren, einfach weil hier auch zu viele Schieflagen entstanden sind halt, von daher, wir lassen das mal so drinstehen, das ist eigentlich genau das, was wir im Chat jetzt auch angekündigt hatten, vor drei oder vor vier Stunden, auch sogar bevor die Nachrichten gekommen sind, haben wir das geschrieben, dass er in der Nacht bestimmt hier nochmal nach oben schießt, und gegebenenfalls vielleicht schon wieder runterkommen kann, dass das durchaus auch eine 5,85, eine 5,30, eine 6,40 werden können, vielleicht sogar eine 6,70, bis 7,45 im weitesten, das sind jetzt so hier die Ziele, und ich sag mal, die Nachrichten haben jetzt da nichts dran geändert, bestätigen das eher mehr, die Vermutung, und dann gucken wir mal, was er zum Freitag macht, also haben sie das ein bisschen im Blick, wenn er den ganzen Vormittag und Nachmittag nur zur Seite schiebt, und der kippt dann runter am Abend, das wird widerlich halt, also, dann macht er den hier, und dann kriegt er zum Montag noch einen Abwärtsgipferpass, das denke ich schon, weil er will dann seinen Keil einfordern hier halt, und die Keilauflösung, die ist hier unten zu Ende halt, ansonsten wird das hier irgendwas, aber keine Sauferkeilauflösung, dann können wir das Muster abschließen halt, also wenn er jetzt, wenn er jetzt hier auch wieder über 7,50 ansteigt, dann ist das Thema hier unten mit 12,50 erstmal erledigt, Freunde, mehr kann ich dazu nicht sagen, Tages schaut mega schick, das sieht interessant aus, ist aber noch nicht da, wo er hin soll, doch der Warf war in der richtigen 200-Tage-Linie, da hat was gefehlt, nicht richtig dran, müssen wir mal ein Xetra angucken, ich hatte hier so ein bisschen, unter der 12.000 im Sinn, das passt eigentlich gut, zu dem, das passt eigentlich sehr gut auch, zu dem, was wir da mit dem Keil erzählt haben, und dem letzten Keilziel, wir lassen den mal drinstehen, den Fall, oben haben wir ihn auch einfach drinstehen lassen, gucken wir, was der gemacht hat hier oben, auch schön, auch das hatte geklappt, auch das hat geklappt, ne, klappt schon öfter, als es nicht klappt, ähm, gut, das hat nicht geklappt, hier hat er auch nicht reagiert, aber zumindest den Long-Trigger wahrgenommen, gut, ja, also, ähm, ja, hier wird es, ich sag mal, hier wird jetzt auch eine zweite rote Kerze, nicht verkehrt daneben aussehen, aber es wird, wird wirklich spannend, also ich bin sehr gespannt, wie wir reinkommen, vielleicht mit Aufwärtsgep und einer rote Tageskerze, wenn ich ganz so optimistisch, dass der sich von den grünen, von den positiven Zahlen da aus, über See anstecken lassen kann, das, der hat, der hat, mehr hat er zu dolle, eine von Bug bekommen, ich bin, ich gucke mir das genau an, ich gucke mir genau an, wie er startet, ich gucke mir genau an, wo er startet, welchen Bereich, und, ähm, wenn er sogar noch tiefer, als das, was ich mir jetzt vorstelle, hier reinkommt, na, dann wäre das auch als Schwäche zu werten, also gerade, wenn ihr gar kein richtiges Aufwärtsgep hinkriegt, oder wenn ihr jetzt die Saison dann auf 5.30 eröffnet, also, das fände ich schon, das fände ich schon ganz schön mau, ähm, da, das fände ich mau, ich glaube, dann würde ich schon ein Short auf die Nase drücken, ja, aber wir gucken, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ich wünsche Ihnen auch schon mal ein schönes Wochenende, für die, die man nicht nochmal hört und liest, und, äh, holen Sie sich hier was raus, machen Sie den nackig, dann hören wir uns morgen wieder, nee, Sonntag, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.